Hallo liebe Zuschauer Ich und Mr.Nintendo, wir sind wieder da und spielen wieder Age of Pass 2 weiter. Diesmal hat uns aber der Mr.Nintendo versprochen, mich down zu machen. Mal gucken ob er es schafft. Sicher. Sicher? Ist der ganz sicher? Ja. Ja. Mr.Nintendo ist noch nicht da. Was für eine Scheiße. Aha. Ok. Erst da. Bist du... Mach... Drück bereit. Bist du bereit? Ok. Ich bin auch bereit. Und jetzt... Spiel starten. Und jetzt kommt noch eine Chat Nachricht von Mr.Nintendo. Ich kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Ha, das war aber diesmal ich. Ey das... 30 gefällt mir. Das war noch von Age of Pires 1. Tja. So. Ich hab hier doch mein Gold verteidigt. Ey du hast ja alles weg gemacht. Was alles weg? Na bei Gold. Was denn jetzt schon wieder? Ja du greifst mich grad vielleicht mal an. digiacas, koic. Ja. 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 Hexe. Das war... Hat brauch pour wahr aber auch. Es hat mir doch du wirst schon brutal. Nein. Ich hab nen Trick herausgefunden. Welchen denn? Das sag ich nich. Du wirstest du gedauern. Denkste, wo ist, wo war denn mein Skub? Ach, hier ist er. Arzt, das wird sehr übel für dich. So. Juhu, bitte. Alter. Das ist keine richtige Belagerungswaffe, wie du schon sagtest. Ja, ja, sehr gut. Hey, Senator. Jetzt kannst du was erleben. Und die Belagerungswaffen nicht vergessen, ne? Ja. Das ist mir dann ankommt, ja, ich hab die Köln, ich hab die Belagerungswaffen und so kack. Ja, der Leiter. Du musst es gleich sehen. Das war, na, 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 na. Ja. Na, na, na. Ja. Wirklich. Ja, wir werden es ja sehen. jetzt ist Schluss oh 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 jetzt hab ich wagen ja brauchst du keine Angst machen, meine Verteidigung ist bereit ja, ist okay nee, ist okay das ist denn hier mal koche Holz tja hättest du dir das besser überlegen sollen doch Alter, spiel Alter, voll geil ey ey, du gehst so unter heiße tja, dann kill mal alle kill mal alle deine Bürger damit ich sehen kann, was du da machst du wolltest nur noch ein paar Bilder von deinem Burg machen hier, ich hab ich hab mehr Punkte als du, mein Gott boah, wie hast du die wieder hingekriegt oh ja, ich weh schon wie hier ja, ich weiss wie das geht boah, wie hindert ist der so oh 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 du hast, du hast jetzt wohl auswendig gelernt oder so ey, wie macht der das? faules Schwein, sag mal Wo ist das? Irgendwas in der Universität, das weiß ich, ey. Nein. Ah, ja? Na ja, okay, die sind eher für Gebäude. Ja, siehst du. Überleg dir, was du machst, mein Junge. Ja, ich über nichts mehr. Ne, das war jetzt ecklich. Nun, dein Mönchstod. Oh. Ha, ha, ha. Ah, ja. Ja, ne? Das war nur scheiß Mönch, ne? Das war, dass ich soll, dass ich soll. Ey, wo ist denn meine Fack-Mönch-Armee, Mann? Dann heilt die fette, fette, faulen Schreine. Stell dich so verfickt da, du fette, fette Sack. Oh mein Gott. Langeweile. Ja. Jetzt reicht's mir. Reicht das, ey? Reicht das, ey? Reicht das, ey? Ja. Wie viel? 30. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erst mal mich klein davor arbeiten. Ach Gott. Was ist mit dem? Ach nichts. Ach nichts. Ach nichts. Warum hat deine Deutschretter vor 17 plus 4? Tja. Äh. Ich cheete. Ich habe so extra cheats, die sind private cheats, ne? Die sorge ich dir aber nicht. Ja, schon klar. Oh Mann ey, das ist ja scheiße. Was? Naja. 17 plus 4. Und deine haben wie viel? 17. Naja, das macht keinen großen Unterschied. Naja. Ach Gott. Jetzt kommt er mit dem Transportschiff. Kannst du was sehen? Ah, fuck. Ach Gott. Verpisst euch. Mann, da sind Männer drinnen. Und? Man. Tastig. Dododod. Oh nein. Hey, Anna. was denkst du was ich gleich vor hab also eine burg von dir sehe ich schon mal dann sehe ich zwei häuser von dir und ein wachturm und noch ein wachturm